Die Sendung wurde live untertitelt. Das endgültige Ende. Was haben wir denn noch, 96? Ja, zum Beispiel, Deutschland wird Europameister. Ja, endet euch noch. Golden Goal, Oliver Bierhoff gegen Tschechien. Wahnsinn eigentlich. Steffi Graf hat mal wieder Wimbledon gewonnen, so abonnementmäßig. Da glaube ich zum siebten Mal. Prinz Charles und Lady Di haben sich scheiden lassen in dem Jahr. Ja, 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 ja. Ja, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten sind passiert. Bei mir, wenn wir schon von Scheidung sprechen, mich hat im März 96 meine damalige Freundin abgeschossen. Da war ich dann wieder ein ganzes Weichen Singe. Das war toll. So, jetzt wollen wir beginnen mit Musik. Und da kommt eine Nummer, die hat wirklich 96 die Welt aus den Angeln gehoben. So was gab es vorher noch nicht. Eine Girlband, die von 0 auf 1 geht in England und danach in 21 Ländern weltweit. Und da haben wir, das können doch nur die Spice Girls sein. Ja, richtig, die Spice Girls. Bisschen Postfeminismus, bisschen Laddism, bisschen Pop-Appeal. Da konnten sich verdammt viele Leute drauf einigen. Und sie waren Role Models, wie es lange vorher nicht welche gab in dieser Kategorie. War das ein deutscher Satz? Kann schon sein. Gut, dann kommt hier der Clip, die Spice Girls mit Wannabe. So, da sind wir wieder zurück bei 20 Years on MTV, Folge 16 in dem Jahr 1996. In diesem Jahr hatten wir auch einen tragischen Todesfall zu beklagen, nämlich den von Tupac. Er wurde am 7. September in Las Vegas ein Opfer eines Drive-By-Shootings. Und ein paar Tage später starb er dann in einem Krankenhaus im Alter von 25 Jahren. Das ist ja bis heute nicht so ganz aufgeklärt. Wer das genau angezettelt hat, wer das genau war und so weiter und so fort. Man munkelt ja so vieles. Es gab ja Spannungen bei Death Row Records, Tupacs Label und die Connection Dr. Ray. Tupac, da war auch nicht alles eitel Sonnenschein. Hey, ne, irgendwann mal werden die Leute schon auf den Plan treten, die dazu was zu sagen haben. Hoffe ich mal. Ja, nichtsdestotrotz, Tupac hatte im Jahr 95, 96 unglaublichen Erfolg mit seinem letzten Album All Eyes on Me. Da waren ja etliche Hits drauf. Und einen der größten sehen wir jetzt, California Love. Das war ein Deep Blue Something mit Breakfast at Tiffany's. Ja, auch so ein klassisches One-Hit-Wonder. Lief dauernd im Radio, diese eine Nummer und danach hat man von der Band nie mehr was gehört. Breakfast at Tiffany's ist aber nichtsdestotrotz einer meiner Lieblingsfilme für alle Zeiten. Ja. Jetzt geht's weiter mit No Doubt. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was für ein Song genau der, der den wirklich so endlich mal den Durchbruch verschaffte dann. Don't Speak. Ich meine, gegeben hat sie schon seit Ende der 80er Jahre. Und dann wurden sie sogar Anfang der 90er von ihrem Plattenlabel gedroppt. Aber haben dann nochmal eine Chance bekommen und dann eben Tragic Kingdom veröffentlicht. Und Don't Speak war die dritte Single daraus. Und darin hat hier Gwen Stefani die Trennung von Tony Connell, dem Bassisten der Band, quasi umgesetzt. Textlich, musikalisch, ein ganz trauriges Liedchen, aber unglaublich erfolgreich. Ganz viele Nummer Einsen allüberall auf der Welt. Bis heute ihr größter Hit. Und das, obwohl ja erst Ende letzten Jahres ihr neues Album Rocksteady erschien. Aber sie sind ja immer noch gut im Geschäft. Gwen Stefani ja mittlerweile glücklich liiert mit Gavin Rossdale, dem Sänger von Busch. Jetzt sind sie ja sogar verlobt und wollen auch bald heiraten. Schön, schön, schön. Hier kommen No Doubt und Don't Speak. Das war ein fettes Brot mit Jein. Der erste Hit der Kollegen aus Hamburg. Sie sind ja immer noch dick im Geschäft. Erst im letzten Jahr eine Wahnsinnsplatte rausgebracht. Demo-Tape. Sehr, 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 sehr gute Typen. Hoffentlich noch lange unter uns in irgendeiner Art und Weise. Vor der Pause haben wir übrigens Everything But The Girl gesehen mit Missing. Das war eines meiner absoluten Lieblingslieder in dem Jahr. Und auch die Platte, die danach erschien, Walking Wounded. Hm, herrlich. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Phänomen aus dem Jahre 1996, nämlich The Prodigy. So was gab es ja vorher auch noch nicht, ne? So ein total durchgeknallter Sänger, hier mit, wie sagt man denn, Punkrock-Stachelhaaren und Mordsblech in der Fresse, hat eine Riesenschau abgezogen und die Verbindung aus, naja, Rock und Dance in der Art, die gab es vorher auch noch nicht. Dermaßen krass inszeniert. Und Firestarter war der erste Hit, den die Kollegen hatten. War auf ihrem ersten, ne, das war ja nicht das erste Album, aber war auf ihrem bis dato letzten Album. Weil seitdem hat man ja nichts mehr gehört von The Prodigy. Es gab noch diese Dirt-Shamer-Sessions, aber so eine richtig neue Platte. Wo bleibt sie, werdet ihr fragen? Sie soll kommen in diesem Jahr mit illustren Gästen, nämlich 3D von Massive Attack, Perry Pharrell und noch ein paar andere. Wir sind gespannt. Hier kommt The Prodigy mit ihrem ersten Hit, Firestarter. Das waren Los Del Rio mit Macarena. Na, meine Fresse ging mir der Song auf den Sack in dem Jahr ab. Unglaublich. Spätestens als ich dann in München auf dem Oktoberfest war und irgendwelche blöden, besoffenen, fetten Arschgeigen im Bierzelt auf dem Tisch dazu getanzt haben. Meine Herren. Aber ich habe ja so eine masochistische Ader hier, so bei 20 Years on MTV. Da müssen ja solche Dinge mal ausgepackt werden, damit man sie nicht vergisst. Jawohl. Ich habe es ja auch schon Ende letzten Jahres gesagt, der Countdown läuft. Es gibt jetzt noch vier Folgen, 97, 98, 99, 2000. Aber dann ist es nicht vorbei. Nein, nein. Das war zwar ursprünglich geplant, die 20 Jahre und dann Sense. Aber irgendwie habt ihr die Sendung so lieb und wollt noch mehr sehen. Und da haben wir uns gedacht, sehr gerne. Wir haben ja noch unglaubliche Dinge im Archiv schlummern. Also insbesondere aus den 80ern. Und da gibt es also nach Ablauf von Folge 20 einen Neustart. Es geht wieder von vorne los, 1981 mit unglaublichen Dingern, die ihr noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen habt. Freut euch also auf weitere 100 Jahre, 20 Years on MTV oder so. Jetzt erstmal schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.